Ich bin hier gerne in die Buchhandlung Kräuter nach Rottweil gekommen. Das ist eine wunderschöne Stadt und das noch im Frühling. Und wir haben hier eine ganz offene Szene vorgefunden. Ganz zugewandte Menschen, die mit mir in einer großen Gesprächsrunde geredet haben, sich ausgetauscht haben über das Altwerden und wie man anders alt werden kann, wie man das vielleicht auch gestalten kann, wie man es nicht einfach nur auf sich zulaufen lässt. Bücher sind eine große Hilfe dafür. Gucken Sie sich um in der Buchhandlung. Hier sind ganz viele Hilfen zu erreichen, die Ihnen beim Gestalten Ihres Alltages, beim Gestalten Ihrer Kommunikation, beim Umgehen mit Ihren Liebsten eine Hilfe sein können. Also, ich wünsche Ihnen, dass Sie freie Kunden der Buchhandlung Kräuter werden und dass Sie immer wieder herkommen. Ich bin hier gerne gewesen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.